Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video, zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr habt es auf dem Thumbnail bereits gesehen, es sind drei Spiele, es sind sogar zwei aus der zweiten Bundesliga. Nehmt es mir nicht krumm, aber das waren für mich sehr interessante Spiele. Als St. Pauli-Fan auch vielleicht mal dazu gesagt, Leipzig gegen Bayern als Top-Spiel nehme ich auch einfach mal mit rein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, checkt nach dem Video gerne den Spotify-Link, da ist ein Song von mir. Vielleicht gefällt er euch, vielleicht auch nicht, aber hört da gerne rein. Ansonsten viel Spaß beim Zuschauen, los geht's mit Hamburg gegen Düsseldorf. Der HSV ist gefordert nach zwei Niederlagen in Serie, kommt nun am Freitagabend Fortuna Düsseldorf, der Tabellenführer, in den Volkspark. Der HSV mit einer frühen, gefährlichen Standardsituation, das ist Dom P. Und der macht ihn unwiderstehlich hinein. Karstenmaier ohne jegliche Chance, sechste Spielminute, der Volkspark das erste Mal angeheizt. Besser kann man sicherlich nicht starten und es wurde auch eine hitzige Partie. Die neunte Minute, Jonas Meffert langt hier im Mittelfeld mal hin, etwas unnötig, aber zeigte mal Düsseldorf, das wird heute kein Spaziergang. Das dürfte den Fortuna auch vorher klar gewesen sein, aber der HSV kaufte erstmal Düsseldorf den Schneid ab und er zielte in der 29. Minute durch Jatta das 2 zu 0. Die Fortuna tat sich sehr schwer gegen aber auch endlich mal wieder gute und klare Hamburger. Das hatte man in den letzten 180 Minuten deutlich zu wenig gesehen. Vor der Pause dann aber mal Vermey mit einem Ausrufezeichen. 39. Minute, aber Heuer-Fernandes ist auf dem Posten. Es ging mit dem 2 zu 0 in die Pause, das war verdient, das ging in Ordnung. Und auch durch Gang 2 ging er an die Gastgeber. Ludovic Reis treibt den Ball im Mittelfeld, hat das Auge für Laszlo Benesch. Muhheim zurück auf Dompe, der macht das 3 zu 0. 20 Minuten vor dem Ende und markiert damit die Vorentscheidung im Spitzenspiel. Der HSV schlägt also zum Auftakt in diesen achten Spieltag. Die Gäste aus Düsseldorf klar mit 3 zu 0, geht auch in der Höhe in Ordnung. Düsseldorf fand einfach zu selten in sein gewohnt gutes Spiel. Spitzenspiel am Samstagabend in der Fußball-Bundesliga RB Leipzig empfängt den FC Bayern München. Beide Mannschaften noch unter der Woche im Pokal aktiv gewesen. Da war es für Bayern deutlich einfacher gegen Münster oder zumindest taten sie sich dort deutlich leichter. Ob es einfacher war, sei mal dahingestellt. Münster schlug man da klar. Und Leipzig zitterte sich da über die Ziellinie gegen den SVW Wiesbaden. Die erste gute Möglichkeit haben wir eben gesehen. Davis mit dem Abseits-Tor knapp aber zu Recht zurückgepfiffen. Leipzig brauchte eine Weile, um ins Spiel zu fänden. Nur Pender dann mal, der Ulreich aus kurzer Distanz testet. Der Winkel wohl etwas zu spitz. Dadurch bekommt Ulreich die Chance, reagiert aber auch gut und wehrt den zum Eckstoß. Aus dem nichts resultierte. Es war ein Topspiel mit angezogener Handbremse. Keiner wollte so wirklich einen Fehler machen und so richtig machte auch noch keiner. Bis dahin ein Fehler. Dann mal Raum, der den Ball gewinnt. Tief in der eigenen Hälfte. Kampel hat das Auge für Paulsen. Der legt direkt quer auf Opender, der Platz hat und dann zum 1 zu 0 treffen kann. 66. Minute. Weiterhin sehr wenige Tormöglichkeiten. Hier bekommt Opender zu viel Platz. Davis ist zu spät dran. Das wird hier eiskalt bestraft. Dann aber die Bayern mal wieder. Harry Kane testet Blaswig. Macht es sich da eigentlich schwieriger als nötig? Kane, der sich den Ball nochmal hochlegt. Aber Blaswig muss trotzdem eine gute Parade auspacken. Viertelstunde noch etwa auf der Uhr. Harry Kane im 16er mit Kim im Passspiel. Harry Kane mit dem Rücken zum Tor. Dreht sich dann und macht das unnachahmlich. 76. Minute der 1 zu 1 Ausgleichstreffer. In so einem Spiel dann auch mal die individuelle Klasse eines Harry Kane. Sicher notwendig, um wieder reinzufinden. Aber es war auch nicht mehr viel zu spielen. Und das mal vorweggenommen. Mehr kam dann auch nicht. Es blieb bei diesem 1 zu 1. Bayern hatte zwar noch ein paar kleinere Möglichkeiten in der Schlussphase. Konnte aber kein Tor mehr erzielen. Und so bleibt es über 90 Minuten gesehen. Verdient beim 1 zu 1. Die Hertha ist langsam wieder im Aufwind. Zu Gast heute im Olympiastadion am Samstagabend um 20.30 Uhr. Der ungeschlagene FC St. Pauli. Die alte Dame aber dennoch leicht favorisiert im heimischen Olympiastadion. Gut gefüllt mit vielen Gästen auch im Block. Aber die konnten erstmal nichts bewirken. Die Hertha mit 1 zu 0 in Führung nach 10 Minuten. Previliac kommt da zu frei zum Abschluss. Und lässt dann Vasi aus kurzer Distanz keine Chance. Der Gast aus Hamburg mal dann nach einer Ecke. Gefährlich und auch direkt erfolgreich. Das war der erste Torschuss. Hauke Wahl setzt ihn eigentlich recht unplatziert aufs Tor. Ernst sieht nicht glücklich aus. Der Ball fällt hinten ins Nest. Und in dieses gemachte Nest wollte sich der FC St. Pauli eigentlich reinsetzen. Aber nein, nein. Die Hertha konnte fast postwendend antworten. Hatte in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile. Aber es langte bis dahin dennoch nur zu einem 1 zu 1. Durchgang Nummer 2. Die Hertha weiter spielbestimmend. Machte wirklich ein gutes Heimspiel. Tabakovic auf Fabian Reze. Und nach etwa einer Stunde stand es dann. Wiederführung Hertha 2 zu 1. Gut da im Zusammenspiel mit Tabakovic. Schnell weitergeleitet vom großen Mittelstürmer. Und Reze aus Spitzenwinkel macht das aber sehr überlegt ins lange Eck. Von St. Pauli kam weitgehend zu wenig. Und so wurden sie in der 75. Minute auch noch mit dem 3 zu 1 bestraft. Dem Endergebnis Bouchalakis macht das 3 zu 1 und entscheidet diese Partie der 2. Bundesliga. Der fügt da mit dem FC St. Pauli die erste Niederlage der Saison zu. Zugegebenermaßen gegen einen sehr starken Gegner aus Berlin. Aber die Gäste hatten zu wenig vom Spiel. Jo, das soll es mit dieser Prognose gewesen sein. Ich hoffe, euch gefällt auch diese Mischung aus 2. und 1. Liga. Ich fand eben die beiden 2. Liga-Partien, die jetzt hier drin waren, auch durchaus interessant. Und ja, Leipzig gegen Bayern ist ein Spitzenspiel. Das habe ich auch mal mit reingenommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten checkt auch die Videobeschreibung aus. Der Spotify-Link zu meinem Song. Haut rein, macht's gut, bleibt gesund und Adios. Ich bin klugscheißer oder war es Flugschreiber? Hab was mit Kurt Cobain zu schaffen wie die Foo Fighters. Hörst du die Liebe in der Stimme? Peace an Tiere und Gesindel. Hau mir meine Rübe weg und ich bieh mich in den Himmel. Was hab ich bloß getan? Reicht zu werden war der Masterplan. Tschüss. Wenn ich mit Infos Bible und Stadium nehme einshing. Dies ist eine Stimme.